Hallo, ich bin Jochen Klenner, Landhausabgeordneter aus Mönchengladbach. Bonjour, mein Name ist Nicolas Bonfis, ich wohne in Mönchengladbach und ich komme aus Frankreich. Hello, I'm Michael Götzson, I'm Generalmusikdirektor am Theater Krefeld und Mönchengladbach. Ich komme aus Estland. Buenos Dias, I'm Diero Martínez-Cobarría, I'm working at the theater Krefeld und Mönchengladbach and I'm from Spain. Buongiorno, ich bin Francesco Madeo aus Mönchengladbach, ich komme aus Italien. Guten Mittag, ich bin Peter Bonf, ich komme aus Mönchengladbach, Schlagersänger und komme natürlich aus Holland. Und am Sonntag ist ein wichtiger Tag, Europawahl in ganz Europa und natürlich auch für alle Mönchengladbacher. Ich bin der Meinung, dass das, was in Brüssel entschieden wird, sollte uns alle was angehen. Und ich finde die Demokratie so wichtig, dass man die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen sollte, wählen zu gehen. Ich bin der Meinung, wir brauchen ein Europa, wo wir alle gleichberechtigt sind. Wir haben diese Chance, hier für die Demokratie, hier für die ganze Europa zu wählen. Wichtig ist, geh 26 Mai zu den Wahlen für Europa, weil zusammen sind wir stark. Meine Generation ist ja in Frieden, Freiheit und Sicherheit aufgewachsen und ich wünsche mir, dass das für unsere Kinder in Europa auch in Zukunft so bleibt. Und deswegen sollen wir die Politik mitbestimmen. Weil uns Europa alle angeht. Wenn ich wähle, habe ich Einfluss auf die Politik. Wenn ich nicht wählen, habe ich Einfluss auf gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Wir gehen wählen. 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 100 Prozent. Ganz Europa darf wählen gehen und das sollten wir alle auch tun, denn jede Stimme zählt. Wir gehen hier. Untertitelung des ZDF, 2020